So, das war der Anstoß zu den beiden Endspielen unseres heutigen F-Jugend-Turniers. Im Anschluss geht es direkt weiter mit dem Turnier der F-Jugenden. Hier bitte bereithalten auf Feld 1 die Mannschaften von Tuss Altleiningen und der SG Weinsheim-Wies-Oppenheim. Unter Feld 2, SV Kirschheim-Bohlanden 2 gegen Abbeo Alzey 1. Beide Spiele finden um 13.30 Uhr statt, sodass wir bei der E-Jugend mit 15 Minuten Verspätung beginnen. Parallel zu diesen beiden ersten Spielen findet dann hier an der Turnierleitung die Siegerjährung des F-Jugend-Turniers statt. Tv 18, 17 Mainz geht im Spiel um Platz 3 mit 1 zu 0 in Führung. 3-Mann-Mauer 3. 3-Mann-Mauer 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 3-Mann-M Zeig dich, Laufe, zeig dich! TV 1817 Mainz erhöht auf 2 zu 0. Dann bin du doch, David! Schieß! Abschlag jetzt, komm! Gut so, Lerner! Wir müssen zurück, Junior! Komm, vor, vor! Jawoll! Komm! Ja, komm jetzt! Schieß doch! Ja! Jawoll! Auf, komm! Der erste FSV Mainz 05 geht im Endspiel mit 1 zu 0 in Führung. Laufe, du bist doppelt so schnell wie der. Auf, komm! Jawoll! 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 Weiter, weiter, komm! Danke, Laufe! Weiter, komm, weiter! Weiter, komm, weiter! Weiter, komm, komm! Armin, hinterher! Die Lokapso, bitte! Schön, schön! Ey, komm, Armin! Schau, schon wieder hin! Die vier, schnell! Vier! Jawoll! 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 Zurück! Zurück! Komm, Jaggi! Komm, hinterher! Vorhinein, vorhinein! Und Eckball! Leon! Nimm ihn zurück! Nimm ihn zurück! Nimm ihn zurück! Nimm ihn zurück! Anni! Hey! Und zwei! Ein Betreuer der E-Jugendmannschaft des FV Flonheim 2, bitte zur Turnierleitung. Betreuer der E-Jugendmannschaft FV Flonheim 2. Schwarz! Schwarz, schwwarz! Schwarz, schwwarz! Geh hinten dran! 니w Auf geht's! Jawohl, Arme! Auf geht's! Gar nichts, gar nichts! Jawohl, jetzt! Komm, Linie noch, Linie! Arme in Linie, komm! Zurück! Komm, geh mit dem Kleinen mit! Hinten dran, Scho! Hinten dran! Und rauf, rauf, Luis! Komm noch und zeig dich! Du bist jetzt in dir, gut! Und spät miteinander! Auf, Sila! Auf geht's! Jawohl, Sila! Weiter, weiter, weiter! Kopf hochlau, Kopf hoch! Jawohl! Jawohl! Jawohl, Konstantin aktiviert! Jawohl! Jawohl, Magnet! Rad... Хорошо! So viel ist dein leaves rajas coaches! Emensel! Auf geht's, auf geht's, jawohl! Der erste FSV Mainz 05 erhöht im Endspiel auf 2 zu 0. Endstand im Spiel um Platz 3 TV 18 17 Mainz gegen TSG Sprendlingen 2 zu 0. Der erste FSV Mainz gegen TSG Sprendlingen 2 zu 0. Der erste FSV Mainz gegen TSG Sprech. 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 Jawoll! Ecke, Ecke! Komm, Zeit, komm! Normal ist schon fertig. Ja, ja, ja. Keine Position! Stopp! Achtung, Laui! Achtung! Geh drauf, Laui! Geh drauf! Jawoll! Für die ersten beiden Spiele unseres E-Jugendturniers bitte bereithalten auf Feld 1. Tuss-Altleiningen gegen SG Weinsheim-Wies-Oppenheim und auf Platz 2 SV Kirchheim-Bohlanden 2 gegen Ario-Altzai 1. Lassiere, bei der Betten auf! Lassiere, bitte! Lassiere, zurück! Lassiere, Hunde! Schieb! Lassiere, Lassiere! Lassiere, Lassiere! Die Stimme ist in der Stimme. Schatz, wie lange geht denn das Finale? Schatz, wie lange geht das Finale? Du, auf geht's! Komm, zieh noch mal, zieh! Auf geht's nicht, Deiner! Genau richtig, genau richtig! Genau richtig! Komm hin, euch aufpassen! Auf geht's! Das ist schon viel zu lang! Das ist schon viel zu lang! Hallo! 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 So, jetzt mal richtig! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Komm, komm! Gut mal, Deiner! Hallo! Jawoll! Gut mal! Wie lange geht es Ihnen? Hallo! Komm! Gut mal! Komm, dann키, dich wir aufpassen! Jawoll! Jawoll! Wuhu! 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 Vielen Dank.